Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem entspannten Video. Ja, wieder ein kleiner Realtalk an dieser Stelle, beziehungsweise man könnte es schon fast Kanal-Update nennen, aber so möchte ich es nicht nennen. Das Ganze möchte ich nicht regelmäßig machen oder Ähnliches, sondern das ist jetzt hier eine Ausnahme. Denn was ist eigentlich hier los? Was ist auf diesem Kanal hier eigentlich los? Und das fragt sich bestimmt der eine oder andere. Ich wurde in der Vergangenheit öfter darauf angesprochen, was ist denn mit dir los? Bist du krank oder so? Also, warum kommen auf einmal so viele Videos, so viele Sachen? Was ist denn da los? Ja, Leute, ihr seht, ich habe seit Längerem jetzt eine Phase, in der ich drei Videos die Woche produziere, plus vier Shorts, was natürlich eine Menge ist, definitiv. Und ich muss zugeben, das war so nicht geplant. Also man könnte sich jetzt denken, hä, wie, nicht geplant? Du lädst das doch hoch. Ja, natürlich, also ich habe es natürlich geplant. Aber es sollte eigentlich erst mal eine Testphase werden. Ich wollte eine kleine Testphase machen von eben einem Monat und dann gucken, wie anstrengend das Ganze ist und natürlich auch, wie es bei euch ankommt, weil das weiß man natürlich nicht. Das weiß man nie, wie es ankommt. Und im Großen und Ganzen bin ich, also was heißt im Großen und Ganzen? Das ist, das ist auch so typisch deutsch, ey. Im Ganzen kann man auf jeden Fall sagen, ey, super erfolgreich. Also es kam super an, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Videos aufzunehmen. Es hat euch sehr gefallen, die Videos zu gucken. Was für noch mehr? Dann natürlich gibt es noch den Faktor, wie ist das Ganze umsetzbar? Da kommen wir aber gleich natürlich zu. Aber ihr kommt super an. Mega krasse Support. Erstmal riesen, riesen Dank für diesen Mega-Support, den ihr gebt. Es ist wirklich crazy, dieser Support. Und auch jetzt, wo ich zum Teil auch in die casual-Richtung gehe, also gerade Anime und Anime-Duelle in die Richtung gehen. Auch da, riesen Support. Mega da seid ihr auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Ist ja doch eine neue Art von Richtung. Ich habe ja früher eher so Comedy-Content gemacht. Und dann natürlich ein bisschen so, ja, also ich selber ja, bin ja ein Tryhard eigentlich. Gerade auch in den Streams machst du nur ein ähnliches. Das ist ja sehr getryhard, immer das Beste, das Beste, das Beste. Und dann halt Comedy nebenbei noch. Und jetzt geht es halt auch noch mehr in Anime-Richtung, was natürlich nochmal eine ganz andere neue Richtung ist, die auf diesem Kanal vorher so nicht vertreten war. Klar, die ein oder andere Anlehnung war schon mal da. Also man hatte schon mal eine Anlehnung hier an Anime dort, Anime hier. Aber es war natürlich nie so richtig. Und es ist ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel Yugi Stack spielst oder einen Yugi Joke irgendwo drin hast. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja, aber wie gesagt, das war das Ganze, war jetzt immer geplant, einen Monat zu tun und zu gucken, wie das Ganze ist. Ihr seht, ich ziehe das jetzt schon ein bisschen länger durch. Und es macht Spaß. Es funktioniert auch. Klar, viel mehr Arbeit, das außer Frage. Aber es funktioniert zum großen Teil. Und das ist jetzt wieder, wo man sagt, hä, wie zum großen Teil? Es läuft doch. Ja, eigentlich hatte ich mir mehr vorgenommen. Und da merkt man einfach, dass man eben doch nicht alles umsetzen kann. Ja, denn mein Plan war folgender. Ich möchte regelmäßig auch streamen. Und streamen, muss ich sagen, fällt gerade hinten ein bisschen über. Ich streame inzwischen ja auf Twitch und auf YouTube. Das ist schon mal etwas Neues. Vielleicht wusstest du es noch nicht. Also folg mir einfach auf Twitch. Falls du Interesse hast, da werde ich halt eben, da streame ich halt. Aber auf beiden Plattformen bedeutet also, falls jemand sagt, ey, Twitch mag ich lieber, kein Problem. Dann streame ich halt auf Twitch. Also tue ich halt. Und wenn man sagt, ja, nee, Twitch ist nicht meins, kann man auf YouTube gucken. Also alles super, alles gut. Kann man eben beides machen. Von daher ist das, glaube ich, ganz nice. Aber wie gesagt, eigentlich wollte ich hier mindestens, mindestens einmal die Woche streamen. An Anfang hat das sehr gut angefangen. Ich habe sogar zweimal die Woche zum Teil gestreamt. Und es ging super gut. Jetzt aber merkt man dann zwischendurch, ja gut, ein bisschen Zeitdruck, ein bisschen Zeitmangel vor allen Dingen auch. Das Ding ist, zur Einordnung, damit ihr das wisst, ich streame ja auf YouTube parallel auch. Und ich möchte nicht, dass ich ein YouTube-Video rausbringe an den Tag, an dem ich streame. Bedeutet, ich bringe ja immer abwechselnde Tage, Videos raus, mal Montags, mal Dienstag, mal Mittwochs. Und das sind dann so drei meine Streaming-Tage. Und natürlich lade ich nicht an allen drei Tagen ein Video hoch. Aber falls ich dann aus gutem Grund zum Beispiel Montag ein Opening von Konami hochlade, dann kann ich da zum Beispiel nicht streamen. Dann aber an Dienstag könnte ich natürlich streamen, ist ja kein Problem. Aber dann ist natürlich, muss privat auch passen. Und wenn das privat dann nicht passt, dann fällt das manchmal ein bisschen rüber, weil man das halt immer gut weglassen kann. Klar, man könnte jetzt sagen, ja, streamen doch eine Stunde. Eine Stunde ist besser als keine, aber ist auch immer ein bisschen schade. Ja, also streamen fällt noch ein bisschen rüber. Sorry an die Leute, die da sind. Zum Beispiel, was auch hinten rüber gefallen ist, für viele wissen es ja, ich habe Wer wird Millionär mit CK zusammen gemacht. Und da wird eine zweite Folge kommen. Falls du es nicht wusstest, ja, freu dich, es wird eine zweite Folge kommen. Aber die ist bisher auch ein bisschen hinten übergegangen, weil dann die deutsche Meisterschaft kam. Sehr viel Stress dazu. Ich habe auch viel getestet, auch zusammen mit CK halt. Und ja, die zweite Folge wird kommen, garantiert. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen nach hinten rüber gegangen. Ist ein bisschen schade auf jeden Fall. Wie gesagt, da würde ich halt gerne in Zukunft wieder mehr zu schaffen. Aber ich denke mal, das wird sich irgendwann dann auch einbürgern. Ja, mal sehen. Also vielleicht schaffe ich es vielleicht nicht. Aber das ist so noch mein Problemkind, sage ich mal, in der ganzen Sache. Hier eben an den Ganzen durchziehen. Was aber auf jeden Fall gut funktioniert, ist, Leute, wieder Link in der Infobox. Und zwar der Podcast. Den Podcast, den ich zusammen mit Julio und eben CK Phoenix mache. Läuft super. Läuft tiptop. Timeout, der Yu-Gi-Oh! Podcast. Gibt es auch auf YouTube, aber auch auf Spotify. Könnt ihr mal vorbeischauen. Er ist auch in der Infobox verlinkt. Und ja, da halt, wie gesagt, kommt jede Woche, jeden Sonntag um 14 Uhr eine neue Folge. Was Nices. Also ziehen wir durch. Natürlich gefühlt als der erste Podcast, also noch bevor den Rebranding der Podcast lief, war das ja gefühlt alle Schaltjahre mal einer, dann vielleicht mal zwei. Also wir haben insgesamt zwölf Stück geschafft, gerade so in einem Jahr. Jetzt haben wir schon über zwölf Wochen durchgezogen, jede Woche einzubringen. Also von daher funktioniert das auf jeden Fall. Aber auch gerade da wieder, muss man sagen, crasht das sehr oft rein, eben auch mit den Livestreams. Weil natürlich, ne, drei Leute müssen Zeit haben. Drei Leute müssen einen Termin finden, wo man aufnehmen kann. Und das ist dann oft mal auch ein Zeitpunkt, wo man sagt, ey, das ist dann hier jetzt crasht in den Stream rein. Natürlich könnte man theoretisch das Ganze streamen, aber das Ganze ist dann oft auch ein bisschen später. Also eben nicht nur so 20 Uhr oder so, sondern auch mal 23 Uhr. Oft sagt Julian ja, welche Uhrzeit wir das Ganze aufnehmen. Und da ist dann so, ja, da ist man auch ein bisschen durch dann vom Tag. Und ja, so Podcast geht dann noch so locker. Oder dann streamen, wo man nonstop halt auch eigentlich reden sollte und auch unterhalten sollte. Ja, das ist natürlich etwas, was dann halt doch anstrengender ist. Und dann sagt man dann, ja, komm, dann lässt man das hier aus. Aber ich will nichts sagen, aber ich habe immer noch weitere neue Sachen. Also man denkt so, okay, der hat jetzt seinen Plan gefunden, der geht jetzt seinen Weg. Nein, ich bin ehrlich, offen und ehrlich. Das ist ja hier das Ganze, wenn man eben einen Realtalk hier hat. Nein, es ist noch nicht alles safe und sicher. Ihr merkt es vielleicht, ich teste hier und da neue Videosachen aus, neue Formate, auch im Streaming-Bereich. Ich habe da ein neues Format rausprobiert. Kam mich ganz gut an. Kann man auf jeden Fall nochmal öfter machen. Dann habe ich Meta-Breakdown gemacht. Kam nur so mäßig gut an. Anscheinend, so würden wir auf einen anderen Kanal gehen, um Meta-Content zu haben. Verstehe ich natürlich. Ein Kanal, der ganz selten mal Meta-Content bringt. Ist natürlich nicht so gut, wie dauerhaft war es. Ich glaube, da sind dann andere Kanäle eine bessere Anlaufstelle. Definitiv. Und wie gesagt, gerade eben, weil es ursprünglich natürlich hier auch Comedy gab. Apropos Comedy. Man merkt natürlich auch, Comedy kommt noch ab und an. Natürlich, ist nicht so einfach. Meist braucht man dafür Locations oder andere Leute, für Sketch oder ähnliches. Und ja, das wird auch noch weiterhin kommen. Definitiv. Aber wie gesagt, wann, wie, wo, was. Leute, ich kündige nichts mehr an. Das ist sicher. Ich kann nur meine Gedanken einfach mit euch teilen und sagen, was mir so durch den Kopf geht. Und vor allen Dingen halt, was meine Pläne in demmäßigen sind. Und ja, genau das. Also ich habe mich ausprobiert, ich habe neue Sachen probiert und ey, Leute, es wird noch mehr kommen. Ich werde immer wieder einzelne Videos probieren, eine besondere Art, ein besonderes Format. Und ich muss es einfach mal antesten. Und wenn es gut ankommt, warum denn nicht machen? Also wenn euch das gefällt, mir gefällt es auf jeden Fall. Weil generell, das müsst ihr wissen, ich lade nur Sachen hoch, die mir gefallen. Also ich habe Spaß in allem, was ich hochlade. Und von daher, wenn ich etwas nicht Spaß haben sollte, dann kommt es auch nicht online. Beziehungsweise wird gar nicht erst gedreht. Also da könnte es sicher sein, der Spaß wird auf jeden Fall da im Vordergrund mitstehen. Weil ich denke auch, wenn man gar keinen Spaß hat und das so runterleiert und gar keinen Bock hat, dann, ja, das merkt man definitiv garantiert. Und dann ist es auch nicht so unterhaltsam. Beziehungsweise ist es nicht so cool zum Angucken, denke ich mal. Von daher, ja, das wird auf jeden Fall sein. Aber wie gesagt, ich werde da ausprobieren. Ich werde da Sachen ausprobieren. Aber ich würde jetzt gerne Versprechen sagen oder ähnliches. Ah, ich weiß nicht, wann ich gewisse Formate teste oder probiere. Es muss der Zeitraum passen. Wenn gerade Deutsche Meisterschaft ist oder so, dann macht man natürlich was zur Deutschen Meisterschaft. Aber wenn man halt, also, dann verschiebt sich das halt. Zeitlose Sachen kann man ja auch schieben ohne Ende. Das ist ja gar kein Problem. Aber auch zum Streamen. Zum Streamen, ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch etwas planen möchte. Auch da möchte ich noch Projekte planen. Möchte ich besondere Streams vor allen Dingen auch machen. Aber mehr nicht. Wie gesagt, wer Millionär wird 100% kommen. Das ist jetzt doch ein, ja, ich habe da auch ein Versprechen gegeben. Ah, jetzt habe ich mich doch mal selbst widersprochen. Aber nein, das kommt auf jeden Fall 100%. Das ist auch schon in der Planung. Can, also CK, hat auch schon gesagt, der ist dabei. Ich habe schon die nächsten Kandidaten für die nächste Folge. Also das wird auf jeden Fall kommen. Wie gesagt, wann es kommt, müssen wir leider ein bisschen warten. Aber auf jeden Fall, das kommt. Und wie gesagt, Streaming wird auch kommen. Vor allem auch Projekte. Ich habe Bock auf einige Sachen, die auch nur als Livestream funktionieren. Gewisse Sachen funktionieren einfach nicht als Videos. Man kann ja zum Beispiel eine Challenge natürlich auch in einem Video darstellen. Aber gerade eine Challenge, die sehr lang ist, kannst du maximal eigentlich nur als Best of hochladen oder dann Beste zusammenschneiden. Aber wenn das so eine Challenge ist, wo du halt eigentlich nur Grind oder Side, ist das alles besser am Stream. Man kann interagieren, man kann reden. Allgemein Streaming macht mir auch mega viel Spaß. Auch wenn mir halt da leider die Zeit so fehlt. Also von daher, ja, ist das Ganze hier. Ich habe hier noch einen kleinen Stichzettel. Genau, klappt nicht alles. Wie gesagt, Livestreaming nicht und manchmal auch nicht mit ein paar Sachen. Aber das ist ja nicht so schlimm, denke ich mal. Und gerade ihr bekommt euren Content und es geht ja weiter nach vorn. Und es wird auch weiter nach vorn gehen weiter. Und irgendwann pendelt sich das Ganze ein. Also von daher, ich habe eigentlich nichts Neues mehr zu sagen. Es war einfach so ein Update. Erstens, ich wollte Danke sagen. Zweitens, ja Leute, es war ein Versehen, dass das so läuft, wie es gerade läuft. Aber es macht mir Spaß. Es soll weitergehen. Von daher, let's go. Und ihr habt ja gesehen, eben wie gesagt, Streaming soll auch wieder öfter kommen, wenn es zeitlich passt. Projekte sind geplant und ich werde Videoformate hier und da ausprobieren. Deswegen jetzt hier vielleicht, ich weiß, dass gerade solche Realtalks auch eher Leute sehen, die halt jedes Video von einem gucken. Ich meine, das ist ja klar, nicht jeder guckt jedes Video von einem. Das ist ja normal. Und gerade bei solchen Realtalks gucken das ja auch die Leute, die halt wirklich gerne alles gucken. Euer Feedback ist wichtig. Also wirklich, euer Feedback ist sehr, sehr wichtig. Gerade, wenn ich ihm neue Sachen ausprobiere. Wenn ihr was merkt, oh, das ist ja neu, das habe ich noch gar nicht gesehen. Und ihr merkt, ey, das will ich noch mehr haben. Sag das einfach. Sag das in Form von Kommentaren, in Form von Bewertungen. Ihr müsst nicht alle Kommentare schreiben. Also könnt ihr natürlich. Da hat das einmal dahingestellt. Aber natürlich Bewertung reicht auch. Und gerade, ich weiß, wenn man Handy ist, ein Daumen hoch ist oder runter auch von mir. Das ist ja Feedback einfach. Dann ist es natürlich deutlich einfacher, als dann in die Kommentarsektion zu gehen, reinzugehen, reintippen. Auch mein Handy ist ein bisschen nervig. Also da verstehe ich, dass dann halt ein Like und ein Dislike halt deutlich leichter ist. Und das hilft halt eben, dann zu sehen, wie was ankommt. Und dann natürlich auch draufklicken. Also das ist ja, glaube ich, dann schon, wenn man beim Bewerten ist, schon gegeben. Also von daher, ja. Ja, Leute. Das war hier ein Überblick. Einfach mal über die ganze Situation hier. Ich dachte, es gefällt vielleicht euch. Vielleicht auch nicht. Auch hier Feedback unten in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.